Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute werfen wir einen Blick auf die Games with Gold des Monats April. Ihr wisst Bescheid, es gibt wieder zwei kostenlose Spiele für alle Xbox Live Gold Mitglieder beziehungsweise alle Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate für Xbox One und für Xbox Series X und S. Vom 1. bis zum 30. April gibt es das Strategiespiel für die ganze Familie Out of Space in der Couch Edition von Plugin Digital und Behold Studios aus dem Jahr 2020 und vom 16. April bis zum 15. Mai gibt es das Puzzle Adventure Strategiespiel ja was auch immer Peaky Blinders Mastermind von Curved Digital und Future Lab aus dem Jahr 2020 basierend auf der gleichnamigen erfolgreichen BBC beziehungsweise Netflix Serie. Direkt im Anschluss gibt es jetzt die beiden Trailer zu den Spielen. Verratet mir gerne in die Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich verabschiede mich mal an dieser Stelle und sage Film ab. Verratet sim go nach was ihr davon haltet locomotivität? Was ihr davon habt alle東西 die Möglichkeitengene? y ? Vermut 대isch Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017